Na ja, nehmt grad auf, deswegen muss ich grad flüstern. Passt mal auf. Ähm, ist es schwierig, auf die Gitarren zu singen, ha? Auch das gehört dazu. Ein guter Kaffee. Gemacht frisch von Niedl. Sehen Sie hier. Natürlich biologisch und fair trade. Fair trade, ganz wichtig. Und auch die Arbeit dazwischen, die sonst... Die Kaffeeschlange. Genau. Hier haben wir den guten Käse. Aus dem Dissert. Extra bis nach Langebrück gefahren dafür. Können Sie sich gar nicht vorstellen. Und ein angerissenes Brot. Ja. Klar, gehört alles dazu. Gutes Mittagessen heute. Und jetzt die Prozedur, ganz wichtig. Ja, ja. Achtung. Achtung, pass auf. Das muss ich festhalten. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Mann, Mann, Mann. Die Kunst ist es, das so langsam zu machen. Gleichmäßig, ja. Schön langsam und gleichmäßig. Dass die Kaffeebohnen sozusagen, also das Pulver, das ist ja nur, nicht zu schnell durchläuft. Richtig. Wenn man noch zu fest drückt, dann rutscht das so am Rand hoch und dann hat man überall Brösel im Kaffee. Das will keiner. Das will keiner. Nee. Deswegen. Das will ich nicht kenne. Aber es hat auch ganz schön Gegendruck hier jetzt gerade. Mann, 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 Mann. Und da ist er unten. Warte. Noch ein Stück kann er. Sehr schön. Jetzt. Frischer Kaffee. Fertig. Zum Ausgießen. Eigentlich ist es das Schönste, die Freude in den Gesichtern der durstigen, bedürftigen Studiomenschen zu sehen. Machen wir jetzt mal. Wird zwar gerade gearbeitet, aber... Kommst du durch? Ja. Jo. Jetzt wird es gerade dunkel. Aha, jetzt wird es... Achtung, jetzt. Dieser freudige Gesichtsausdruck. Das ist ein Schlaf-Erleben. Ja. Wuhu. Wuhu. Er hat Geburtstag. Okay, lass ihn doch noch schnell einzigern. Aber ich das Ergebnis. Okay. Jetzt kannst du mal filmen.